Oh yeah, der Fungi gegen Ian. Und ich. Und ich. Represented Cobra, auf jeden Fall auf korrekt. Stimmt. Wir haben ja mal eine Round getaunted. Ja, safe. Jetzt geht's los. Und ja, also wir haben ja schon Pools Best of Five gespielt, von daher ist das jetzt auch das sechste Game von den beiden heute. Heute. Sechste Game. Und den Kaviar an Game-Musik, wie man hört. Packt man. Ja. Das höre ich auch jeden Tag, immer. Ja. Das höre ich das. Ja, auf der Schleife. Wenn ich von der Arbeit komme. Auch vorm Schlafen gehen und so, zu beruhigen. Gute Nacht, Song. Das ist mein Wecker. Oh, er hat echt gewechselt auf. Burak. 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 Okay. Also. Ja, mal wieder hier. Gutes Ledge Pressure von der Funk. Aber up smash. Out of shield. Hat dann geklappt. So, selbst wenn man alles kennt, was die haben, so an Tricks, fällt immer wieder drauf rein. Also, so der up smash, out of shield. Ja, oder die up beat von Ivy da. Ja. Macht sie beschmaug gleich, warte. Ein Moment. Jetzt hier. Ein Moment. Oh, doch nicht. Wow, nice gerated. Ah, ist richtig. Up smash, up smash. Timing war auch und flieg. 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 Okay, wieder Shiggy. Shiggy. Oh. Ding. Shiggy, aka Schliggy. Schleiger. Wo ist Schleiger? Ja, wo ist Schleiger? Wo ist Schleiger? Mr. Berlin. Äh, so. Ja, so ein Berliner Squad kann gerne mal vorbeikommen. Aber wir waren auch lange nicht in Berlin. Nee, stimmt. Boah, ich weiß gar nicht. Muss man ja mal machen. Für euch mehr, die überhaupt in Berlin mehr waren? In Ultimate? Doch, ich schon. Ich alleine war. Du warst alleine. Fünfter Platz, also. Ja, stimmt. Lässt sich sehen. Aber es ist Ewigkeiten her. Das klärt dann. Das war pre-pandemic. Okay, also wir sehen hier wieder. Das war wieder der Absmash, ne? Nee, das war ab, ja. Von Ivy. Oh, oh. Oh ja, das war ab. Oh, schön. Okay, also die beiden geben sich auch gar nichts. Sie sehen sich nichts. Sie sehen sich echt nichts. Mann, ist das Fenster zu? Ich mach jetzt hier die Heizung an, Mann. Mann. Er ist auf jeden Fall sehr frisch draußen. Ja, wir haben hier, falls ihr es nicht wisst, im Norden gerade Sturm und so. Sturmflut auch. Ich zieh grad um und mein Haus steht fast unter Wasser. Vielleicht stand da Keller unter Wasser sogar? Ja. Mal gucken. Währenddessen hat der Funger sich gerade ganz gut zurückgebracht. Und du, das war's auch schon. Bei 50% immer noch auf Shiggy. Und tot. Tot, ja, einfach so. Ja, Plattform. King me. Brawler. Brawler. Da kannst du nichts machen. Da kannst du nichts machen. Ja. Der beiden natürlich auch immer, die ohne Plattform. Da hättest du gedacht, Digga. Ja, und die haben heute eine Liste rausgebracht. Also die machen ja gerade immer diese, die Top 100 von jedem. Oh, na, ah, ah. Die Top von. Top 100 von jedem Spieler. Von jedem Charakter. Machen wir gerade. Ja. Der Fung war da. Der Fung war da drin. Der Fung war da drin. Cool. Bester Deutscher. Mann. Mit me, Brawler. Oh. Und wieder. Oh, nochmal eine Backhear. Okay. Das sieht jetzt schon nochmal anders aus. Hier gerade. Das ist halt immer die Starter-Kombo. Ja. Starter-Kombo. Aber, also an sich kann er auch erstmal Shiggy bleiben. Shiggy ist auch, er kann nicht schlecht kälen oder so. Der ist halt so sicher, ne? Und seine F-Tails und so, daraus kannst du Tech-Situation machen, Tech-Chase machen. Tech-Situation. Jack-Lock, F-Smash bekommst du. Du kannst auch voll früh kälen. Also man kann ihn auch mal länger spielen. Jetzt, jetzt langsam. Er würde auf jeden Fall gleich wechseln. Richtig vorsichtig, aber wenn er Confidence hat. Wow, Upsmash. Wow. Und im Moment ist er zu Recht confident. Backthrow ist auch nicht schlecht. Oh, der killt. Der killt bei 120. Der killt. Okay. Okay, also jetzt auf einmal. Ja, okay, jetzt geht er auf einen anderen Charakter. Keine Anfangs-Kombo. Oh, kriegt sogar die Abbie hier an der Edge. Der ist natürlich jetzt gar nicht mehr so eifert, Winterfunk. Zu killen. Wenn seine Abbie-Kombo nicht klappt. Ja. Ja, ja, das ist richtig. Oh. Boah, ich zieh mal so Fettrahmen rein. Ja. Auf jeden Fall Rahmen. Ultrafett. Anrahmen. Kurz Werbung, ohne bezahlt zu werden. Anrahmen in Kiel. Lecker. Das ist ja nicht. Tan Tan Men. Heißt das echt so? Ja. An mit Doppel-N. Okay. Nein, das ist ja nicht. Das ist ja der in Hamburg, heißt so. Nein. Oh. Nein. Der heißt so. Kann doch sein. Das ist so dicker. Oh. Jetzt gerade spielt Ian ziemlich gut. Ja. Also mit dem Rage gerade. Ja. Es ist schwer jetzt. Oh. Okay. Es ist schwer jetzt irgendwie eine Combo zu bekommen für ihn natürlich. Aber wenn er auch nur einen Raw-Hit irgendwie bekommt mit Max Rage. Vielleicht lieber auch Glura. Glura kriegt ja eher irgendwie eine Abbie oder so. Aber jetzt im Moment funktioniert ja für ihn alles. Okay. Er soll mal machen, wie er denkt. Was machen wir, wie er denkt. Jetzt gerade. Oh. Er wollte. Okay. Oh. Nice. Der Combo. 44%. Ja. Wechsel auf Squirtle. Oh. Einfach so weggegrappelt. Oh. Das geht schnell jetzt gerade. Ja. Also jetzt langsam wird das mit Rage auch wieder scary. Jetzt gerade mit seinen. Oh. Er hat eine Rolle erwartet. Ja. Kann man schon viel gehen. Oh. Da war er diesmal nicht schnell. Das war die IB, ne? Ja. Das war sein Special. Neutral Special. Oh. 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 Down Smash oder was? Backthrow. Killt noch nicht. Okay. Knapp. Aber ja. Echt knapp. Hat der Mie für eine Stimme. Stimmt. Bisschen hoch. Naja. Jetzt die Frage natürlich. Oh. Okay. Wie viel Prozent? War das 20? 19. Oh. Fast gekehlt. Backhand. So Fox-Backhand. Fox. Okay. Jetzt wieder Brennan Butter hier gerade für. Oh. Oh mein Gott. Der Funk kann echt gut. Let's garden. Oh. Ganz schwierig drauf zu machen. Oh. Tot. Ei, ei, ei. Ei. Ja. Hätte er da nicht Downby machen können? Nach der Fähr. Weiß ich nicht. Ich weiß er doch nicht. Hätt zu lange gedauert. Ah, jetzt ist es wieder even. Ich weiß nicht, ob der Funk sich die Chance nehmen lassen will. Ehrlich gesagt. Glaube ich nicht. Wenn du mich fragst, glaube ich nicht. Aber Ian resettet wieder zu seinem Anfang vom Game State, wo er auch mit Squirrel echt gut gespielt hat. Squirrel? Squrididididu. Okay. Jetzt haben wir dieser Knosp. Dieser Knosp. So, ja, schauen wir mal. Oh, Dash, der Klingel hat nicht geklappt. Okay, jetzt geht es hier. Okay, oh, das war es nicht. Wie knapp. Oh. Okay. Schafft es irgendwie? Ja, jetzt. Nee, nee. Oh. Eieiei, diskant, aber alles noch. Putschi. Putschi. Everything Gucci. Hey, Gucci. Nee, nee, das war es für mich. Eieiei, oi, 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 oi. Okay, alles easy immer noch. Ja, so gerade ein bisschen mehr Gefahr geht es gerade für Dafun aus. Aber er ist ja gerade in einer guten Situation. Oh, nice. Nein, er war wirklich schön. Er war wirklich schön. Tomahawk. Tomahawk, Tomahawk, Tomahawk. Was jetzt? Oh. 2-0. Oh. Wow, hat einmal die Switch zerstört. Ja. Mit seinem Faustschlag. Das ist der Tisch. Er macht so. Yep. Aber kann man schon machen. Was soll er machen? Er ist 13. Er ist 13 Jahre alt. Kennst du das? Ja. Okay. Deswegen. Kennt ihr das auch? Wahrscheinlich nicht. Ist doch den Joke, den ich hier gemacht habe. Das ist alt. Alter Joke. Was ist das? Ist er gerade am tilten? Squall. Okay. Squall hat er die Hände über sein Head. Wow. Oh. Ernst. Ernst. Ja. Okay. Ja, mal gucken, ob er mit dem Pressure klarkommt. Das ist jetzt natürlich auch letzte Chance für ihn. Aber oh. Ja. Okay. Warum nicht? Toc, toc, toc. Hier ein bisschen mit Holzachst. Holzschwert und so. Ich weiß ja nicht, wie gut der Fung seinen Steve kennt. Ach. Gut. Auf jeden Fall. Also die spielen schon echt oft genug. Äh. Ja, ich habe eben schon gesehen. Also. Ian verschafft sich hier auf jeden Fall Zeit zum Minen. Mal gucken, ob er das nochmal hinbekommt. Weil ich kann mir vorstellen, wenn er nochmal so viel Zeit hat, dass er gleich ein Gold, hier Diamant, eine Spitzhacke hat. Oh. Oh. Ach was. Oh. Auch wenn man da irgendwie in den letzten Hits reinkommt, dann gibt es eine ganze Kombo, ja? War wirklich cool. Oh, weird. Okay. Das ist krass, ne? Da hat er seinen eigenen Boden geschaffen und dann hat er wieder Invincibility. Oh, nice gewartet. Oh, es killt nicht. Es killt nicht, okay. Auch kein Eisen mehr hier gerade. Da fangen wir auf jeden Fall in einem schönen Lead noch gerade. Oh, da kriegt er ja. Okay, jetzt hat er Zeit, ein bisschen zu minen. Oh, da ist der Diamant. Naja, man. Boom. Das war ein goldener Schwertkopf, oder was? Oh, geht er jetzt für Diamant, oder? Oh mein Gott. Ja, eben gingen ihm die ganzen Werkzeuge kaputt. Gold geht schnell kaputt. Jetzt hat er aber Diamond. Das war's. Hat sich für ihn gelohnt. Ja. Oh, what? Echt? Ja, ja. Wenn er ins Minecraft, so heißt das Ding ja, ne? Ja. Ich als Minecraft Expert. Ey. Was geht los? Oh, rausge-ab-beat. Sauber. Aber trotzdem fett Prozente mitbekommen. Mitbekommen. Ja, weil Steve muss man echt so ein bisschen Bescheid wissen über den Charakter, ne? Mhm. Wenn man so Openings hat und so. Jetzt hast du erstmal eine Wand gemacht. Ah, ja. Er macht das da ganz entspannt, ganz flexibel. Oh, gepunisht. Okay. Ja. Hätte ich keine Ahnung, warum ich den F-Smash da gerade gemacht habe. Ja, weil man hat dann halt so ein bisschen erweiterte Hitbox und ein bisschen Lingering-Hitbox und so. Ja, das ist halt einfach so. Ja, man kann's mal probieren Ding, ne? Okay. Ich dachte, er will noch mehr Farmen. Oh, wow. Oh, noch ein Tor. Oh, er, Smash. Oh, in der Ohren. Übersteuern ist gemein. Upsmash! Okay, okay. Da wird er vielleicht nicht so heftig schreien, sonst fetzt er uns die Ohren weg. Ja. Coole Musik auf jeden Fall. Big Blue! Ja. Oh, jetzt hat er natürlich kein Diamant mehr. Ja, und ein Lied für Davon. Für 2-0 übrigens. Ja. Wenn sich irgend hier nichts einfallen lässt, dann ist das aus. Oh, der Upsmash! Reicht nicht. Okay. Noch nicht, noch nicht. Oh, nee. Oh, 19. Oh, echt 19. Oh, dann einmal weggefahren. Ja, 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 okay. Weggefahren. Ja, einfach überfahren. Straftat. Okay, Diamant ist on Deck. Müsste er jetzt auch direkt einsetzen eigentlich, wenn er die Chance dazu bekommt. Hast du das gesehen, was Niceface gemacht hat? Nee. Als er direkt runtergegangen ist und Diamant machen wollte, hat er ihn so weggedrückt von dem Table, dann konnte er das nicht beenden. Ach was. Das war witzig. Mwah, nee. Gesehen. Ich meine, hat das nur für eine Sekunde im Endeffekt verzögert, aber hey, dann hat er keine Invincibility mehr. Also. Oh, der Fisch. Oh, letzte Chance hier gerade für Ian. Wird er sich da noch irgendwas einverlassen? Oder wird sich davon das cleane 3-0 holen? Ja, also das sieht sehr viel cleaner aus als noch in der ersten Version von dem Set. Würde ich sagen. Hat ja immer noch einen sehr krassen Lied, so ist es nicht... Oh, nur noch drei Diamanten, hier, drei Eisen, ein Eisen, null Eisen, gar nichts mehr. Einstein, oh, oh, Einstein wie Wissenschaftler. Ein, drei. Oh, gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Oh, ein Holz. Ja. Ja, okay. Krass. Ja, 3-0. 3-0. Okay, man hat gesehen, es hat ihn auf jeden Fall belastet, dass er gar keine Ressourcen hatte. Nee. Das ist auf jeden Fall interessant, interessant, ne? Ist interessant. Ja.